Eine Wolfspfote. So greift er eigentlich automatisch an. Ich nehme das Empfohren. Empfohren, ne? Warum richtig das Empfohren, ne? So, dafür kommst du jetzt auf die Schmerzen. Die haben jetzt ein wenig weniger Schutz. So sieht man das hier, wenn wir treffen. Jetzt ist es noch alles, was noch greift. Wie lange geht die Quest? So, mal schauen. Da ist er. Nein! Nein! Verdammt! Wieso werden sie so extrem aggro? Das ist nicht normal. Sie sind so weit weg und dann kommen sie plötzlich und hauen dich eins über die Riebe. Die nun scheiß schlägt. Ja, das werden viele Folgen jetzt in dieser Aufnahmesession. Aber ich möchte gerne noch das Level machen in dieser Folge und dann können wir morgen weiter sehen. Ich hoffe, dass wir da so viele Videos im nächsten Part haben. Das ist ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass wir da so viel mehr machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wieder heim. Ja, bin gespannt wie wir dann leveln werden in den nächsten paar Leveln, ob wir nur Quests bekommen. Und ja, vielleicht wird es dann auch besser, wenn wir einen Beschwerer oder so bei uns haben, können wir schneller killen. Und ja, mal schauen. Und ich werde wahrscheinlich sofort sterben, bevor ich so einen Zauber, dieser starken Zauber setzen kann. Okay. 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 Did you lo airports le Gary? Mhm. Okay. Und jetzt müssen wir zurück nach Monster gehen. Ist das der Gang? Wahrscheinlich schon. Fast ein Level. Gut. Was sie erfahren geben, die Gegner. Sehr gut. Ja, ich merke es, dass ich müde bin. Wenn ich jetzt hier oben durchgehe, komme ich nicht anders. Ich werde hier oben durchgehe, aber... Ich werde hier oben durchgehe, aber... ... 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 Okay. Okay. T-Seynes. Ich herz mal kurz was, ich hab Hunger, ich komm gleich wieder. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir. Boah, billiges Verschwörung. Ja, es gibt noch eine Quest, mehrere Quests wahrscheinlich. Jetzt müssen wir hier hoch. So. 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 Jetzt, wenn wir es halten, kann man hier unten, ich hoffe es. Hier kommt man irgendwo hier, in der Haus. Schade, hier kommt man, aber doch hier unten. Nun muss ich einen bisschen weggemacht, macht nix. Ein schönes Ding. So, jetzt sind wir dann zurück. Ah, wir kommen hier oben raus, um zu wissen. So, jetzt sind wir hier oben raus, um zu sehen. Hier oben müssen wir zuerst. So, komm, lauf schnell. Hallo. So, jetzt. Okay. Oh, la la. Also, gehen wir noch zum Hexenmeistertrainer und machen dann die anderen Quest fertig. Im nächsten Pfad. So. So, dann machen wir das zuerst. Und so und schauen nochmal auf die anderen. Das kriegen wir hier nicht. Aber hier. Okay. So. Was? Uh-huh. Okay, ich habe genug Folgen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Okay. Bis dann. Ah ja, noch fertig, sagen. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen, bitte liked, lasst einen Kommentar da und abonniert mich, nein, ich will nicht beten, aber sehr schön. Also bis dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.